Puh, also ohne einen Cheat Day, ohne dass ihr einen Cheat Day macht, so einen völlig unvernünftigen Cheat Day, mit allem reingestopft, was euch in der Welt kommt, Süßigkeiten, Cola, Fanta, Bier, Alkohol, Eis, Nutella, Schokolade, Burger, Pommes, Pizza, volles Programm, weil wenn du das nicht machst und du bist in deiner sogenannten Strandform-Diät, dann wirst du es nie erreichen, du wirst abkacken, das garantiere ich dir, weil dein Stoffwechsel braucht das unbedingt, ohne diesen Cheat Day hast du keine Chance, dein Stoffwechsel wird in den Keller fahren und du wirst fett bleiben bis dein Lebensende. Freunde, ihr kennt mich schon, ihr wisst schon, da ist ein bisschen Sarkasmus mit dabei. Ja, ganz einfach Freunde, ich kläre euch auf, schaut euch in Facebook oder YouTube, Links findet ihr unten, mein langes Video an, genau zu diesem Thema, zu diesem Thema, der berühmte Cheat Day von vielen empfohlen, schaut euch an, macht euch euer Urteil, ich bin gespannt, danach kommt für viele Licht ins Dunkle, ich wünsche euch viel Spaß dabei.